Im letzten Video habe ich die Kramersche Regel erklärt und wie man Gleichungssysteme 2x2, also zwei Variablen, zwei Gleichungen damit lösen kann. Bei 3x3-Systemen läuft es eigentlich ganz genauso, nur dass man die Determinanten ein bisschen anders ausrechnet. Über das grundlegende Verfahren bitte das andere Video einmal anschauen. Ich wende es hier einfach an und das Erste, was man macht, ist die Koeffizientendeterminante aufschreiben. Dann nochmal eine kurze Anmerkung, ich habe das Gleichungssystem jetzt hier wieder so aufgeschrieben, dass die x untereinander stehen, die y untereinander stehen, die z untereinander stehen und da, wo keine Variable drin ist, findet sich alles auf der anderen Seite. Und das ist wichtig, dass man das so aufschreibt, damit die Koeffizienten, die Vorfaktoren, die jetzt in die Determinante eingetragen werden, auch passen. Und dann habe ich hier nämlich bei der ersten Gleichung eine 2, hier habe ich gar kein x, deswegen eine 0. Hier eine 1, dann kommt 1y, 3y, kein y und minus 1z, 2z und minus 5z. Und diese Determinante muss ich ausrechnen. Ich mache hier mal das gleiche Zeichen hin und lasse absichtlich ein bisschen Platz. Was man sofort sieht, unmittelbar ist, dass es nicht so einfach geht, wenn man nur die Hauptdiagonalen nimmt, wie bei einer 2x2-Determinante, weil man dann ja diese 4 Plätze gar nicht berücksichtigen würde und die haben natürlich auch eine Funktion. Trotzdem geht es tatsächlich los mit der Hauptdeterminante und man multipliziert wieder entlang. Also wieder 2 mal 3 mal minus 5. So, jetzt muss man sich das vorstellen wie so eine Art Lattenzaun. Also die Diagonale, jetzt nehme ich diese Diagonale und anschließend die jene Diagonale, nur dass die leider nicht komplett sind. Und wenn ich hier die Determinante verlasse, dann gehe ich einfach auf die andere Seite und komme da wieder rein und kompletiere da die Diagonale. Damit das nicht so kompliziert wird, kann man sich die 2, 0, 1, die erste Spalte nochmal dahinter schreiben. Die zweite Spalte kann man sich auch nochmal dahinter schreiben. Das sind nur so Hilfswerte und jetzt sieht man, dass man die Diagonale daneben auch entlang gehen kann. Wenn man ein bisschen Übung hat, merkt man sich einfach, ich gehe hier raus, hier unten wieder rein, ist auf Dauer wirklich kein Problem. Und zwar mit Plus. 1 mal 2 mal 1 Plus Minus 1 mal 0 mal 0 Ja, wenn da eine 0 drin steht, plus 0. Und jetzt geht es wieder von unten nach oben, wie bei der 2 Kreuz 2 Diagonale auch und wieder mit Minus. 1 mal 3 mal Minus 1 Ja, jetzt die nächste Diagonale Minus 0 Ja, mehr brauche ich nicht aufzuschreiben. Und die nächste Diagonale Minus 0 Okay, das kann man zusammenfassen. 2 mal 3 sind 6, sind Minus 30. Dann haben wir hier Plus 2, die 0 geht weg. Dann haben wir Plus 3. Und dann hätten wir Minus 25. Und das ist der Wert für D. Ja, und jetzt geht es genauso, wie ansonsten auch. Ich nehme die Determinante dx, indem ich den Ergebnisvektor für die x-Spalte einsetze. Dann kommt hier das Minus 3, 0 und Minus 14 hin. Den Rest schreibe ich ab. 1, 3, 0 Minus 1, 2, 5 Ja, und jetzt kann ich wieder als Hilfszahlen Minus 3, 0, Minus 14 aufschreiben. Und 1, 3 und 0 Wie gesagt, nur als Hilfszahlen. Und jetzt geht es wieder los. Muss ich Minus 3 mal 3 mal 5 rechnen. Und die nächste Diagonale Plus 1 mal 2 mal Minus 14 Und die nächste Diagonale, da steht eine 0 drin, die kann ich mir also sparen. Und jetzt die Diagonalen von unten mit Minus Minus Ja, Minus und Minus hebt sich schon mal auf. Deswegen schreibe ich einfach 14 mal 3 mal 1 Minus 0 mal etwas Minus etwas, wo auch eine 0 drin steht. Das heißt, da sind wir schon mit durch. Und rauskommt 3 mal 3 ist 9, mal 5 sind minus 45 Hier haben wir minus 28 Und nochmal 14 mal 3 sind 42 Auch mit Minus Und das kann ich jetzt nochmal verrechnen. Dann habe ich hier 40, 80, 100, 110, 115 Und ja, auf diese Weise geht das Ganze voran. Ich brauche jetzt nicht für jede Determinante das einmal zu machen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der anderen Kramerschen Regel. Ich würde dann das x ausrechnen, indem ich die Determinante dx durch d bilde. Das wäre also an dieser Stelle dx Minus 115 Durch d Durch minus 25 Und dann hätte ich sofort den Wert für x raus Und würde das dementsprechend für y Und für z Wiederholen Und damit ist das Gleichungssystem gelöst. Nochmal kurz die Erklärung Kann ja nochmal bei dx das hier machen In dem Moment, wo man für die x-Spalte Den Ergebnisvektor einsetzt Dieses minus 3, 0, minus 14 Und den Rest abschreibt Und beim Abschreiben Sehe ich gerade Ist hier ein kleiner Fehler passiert Da müsste eigentlich eine minus 5 stehen Jetzt gucken wir mal, wie schlimm das ist Das ist insofern Ein bisschen unangenehm, als hier ein Plus hinkäme So läuft das dann in aller Regel Weil minus mal minus plus ist Und ansonsten Schauen wir mal Ist die aber nicht mehr beteiligt Ja, und dann würden das hier natürlich Plus 45 sein So ist das Leben dann manchmal Und ja, dann hätten wir hier 45 Minus 40, 60, 70 Minus 70 Und das sind natürlich dann nicht minus 115 Sondern das sind Minus 25 Ja So geht das manchmal Ihr seht, aufpassen ist wichtig Ansonsten klappt das Ganze nicht gut Sonst kriegt man nämlich Den falschen Wert raus Ja, jetzt muss ich natürlich auch an dieser Stelle Minus 25 Durch minus 25 nehmen Und schon Haben wir 1 Für X Ja, das mal als kleines Beispiel Dass man auch mal mit Rechnen ein bisschen aufpassen muss Und mit dem Abschreiben dessen, was man tut Aber das Verfahren sollte nichtsdestotrotz klar sein Man berechnet die Koeffizientendeterminante Und diese Regel ist auch als Satz Von Saros In die mathematische Geschichte eingegangen Oder als Jägerzaunregel oder Lattenzaunregel Dass man die Determinanten so Ausrechnen kann Weil das so ein bisschen wie ein Jägerzaun aussieht Mit den ganzen gekreuzten Diagonalen Ja Eine Anmerkung noch Kramer 4 mal 4 Sollte man per Hand die Finger von lassen Denn dieser Satz von Saros gilt nur für 3 kreuz 3 Determinanten Das ist ganz wichtig Für 4 kreuz 4 Determinanten Sollte man die Entwicklungssätze Für Determinanten benutzen Also die Determinanten nach einer Zeil oder Spalte Oder was auch immer entwickeln Aber das ist dann ein Haufen Arbeit Sowieso sind 4 kreuz 4 Gleichungssysteme Nach welchem Verfahren man sie auch lösen möchte Ein Haufen Arbeit Aber Das wird dann mit den Determinanten unter Umständen Schon sehr unübersichtlich Und Sehr viel Arbeit Und da muss man sich dann was anderes unter Umständen überlegen Und doch ein anderes Verfahren Vielleicht den Gauss-Algorithmus wählen Oder sonst was Ja Das zu Kramer 3 kreuz 3 Ich hoffe, dass es soweit klar geworden Und den Rest könnt ihr ja dann einmal selber ausrechnen Und gucken, was für y und für z herauskommt